Dass ich wirklich auch einfach über die Geschmacklosigkeit der jeweiligen Subkulturen echauffiert wurde. Etwas, was uns völlig fremd ist, sowas zu tun. Das heißt, die ganzen Leute, die sich früher vielleicht dann einfach nur bei der konservativen Radioshow oder beim Lesen von einem Artikel über diese oder jene Kulturform aufgeregt haben, haben jetzt sehr einfach die Möglichkeit, ihre Meinung dann ins Internet zu tragen und wirklich Teil von diesen Kulturkämpfen zu werden. Jeder halbwegs funktionsfähige Staat wendet immense Ressourcen auf, um seine kulturelle Landschaft so zu formen, wie es ihm zuträglich ist. Am Ende des Tages ist der aktuelle Fokus der Rechten auf den Kulturkampf auch einfach nur ein sehr billiges Binden und Aufreiben unserer eigenen Kräfte in einem frontalen Abnutzungskrieg. Tag auch! Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute ist ein schwarzer Tag, meine Geschwister. Unsere banale und schlecht geschriebene Neuauflage eines geliebten Franchises mit einem diverseren Cast, weiblichem asiatischen Hauptcharakter und schwarz-männlichen asexuellen Sidekick wurde auf IMDB-Review gebombt und auf X zum Meme gemacht. Doch lasst euch dadurch nicht niederhalten, sondern motivierend für den Rückschlag, den wir folgen lassen werden. Unsere und ihre Kommentarspalten werden geflutet werden, Gefühle verletzt und neue Releases in drei Stunden Videoessays zerrissen. Es wird ein Tag sein, vergeudet in Social Media. Ein Kampftag, ehe die Sonne wieder steigt. Tippt nun, teilt unsere Creator, kämpft bis zum Ende und der Vernichtung der falschen reaktionären Kultur für richtige Repräsentation. So oder so ähnlich lassen Tag für Tag Tausende und Abertausende im Kulturkampf ihr politisches Feuer im Herzen entfachen, sich für den Kampf um die Rezeption von den Kulturprodukten von Großkonzernen verheizen und aufgrund der ewigen Wiederkehr der gleichen elenden Diskussionen in x-beliebigen Threats langsam sich und ihr Feuer ausbrennen. Doch nicht nur Linksliberale und ihre rechten Widersacher, sondern auch für Revolutionäre lassen uns immer wieder auf den Kulturkampf ein und werden von ihm eingenommen. Genauso geht es auch dem gesellschaftlichen Diskurs. Kulturkampf ist universaler Begriff für die heutigen Konflikte um Repräsentation von marginalisierten Medien. Welche Sprache von wem, wann, wie und wo verwendet werden darf? Für wen in welchem Influencer-Konflikt wie Partei ergriffen werden sollte? Und wen der Staat mit was fördern sollte? Doch wie viel Wert sollten wir, die sich immer wieder in solchen Konflikten verlieren, dem Kulturkampf zumessen? Wie wichtig ist der Kampf um Kultur für jede politische Gruppe, die die Gesellschaft verändern oder wie wir Revolutionäre radikal transformieren will? Ist dieser Kampf zentral für unsere angestrebte Transformation oder wird hier nur im Sinne von Brot und Spiele jede Woche eine neue Sau durchs Dorf gejagt? Die unpatriotische Wahl des Trikotsponsors skandalisiert, während gleichzeitig Tag für Tag von denselben schwer besorgten Patrioten der deutsche Arbeiter für billigsten Lohn ausgeplündert und schon fürs Verheizen an der Ostfront eingeplant wird? Was ist es, das jetzt neben den klassischen Skandalblättern auch so viele Einzelpersonen, aber auch politische Gruppen sich in diesem Kampf verlieren lässt? Was ist das Interesse des Staates, dort als eigenständiger Akteur aufzutreten? Und was hat der heutige Kulturkampf mit dem historischen zwischen Kaiserreich und Katholizismus zu tun? Schließlich, warum scheinen Linke und auch wir Revolutionäre so oft in diesen Kämpfen zu unterliegen? Und was hat das mit sozialer Basis und Identifikation der Massen zu tun? Das und vieles mehr erfahrt ihr heute über den Kulturkampf in unserer 121. Folge. Ja, und das ist ja auch ein Thema, welches wir immer wieder in unterschiedlicher Form behandelt haben, weil man kann sich von dem Kulturkampf am Ende des Tages ja auch nicht komplett freisprechen, weil wir ja auch immer wieder von euch gefragt wurden, wie stehen wir denn nun zu diesen heiß diskutierten Themen? Beispielsweise zum Gendern, welche Version bevorzugen wir, wie handhaben wir das? Wie stehen wir zu diversen Repräsentationen in Medien, beispielsweise Kontroversen um queere Charaktere? Was halten wir von dem Umgang mit Disney damit, wenn wir uns beispielsweise eine unserer Lieblings-Franchises Star Wars angucken? Wir sind ja keine Freunde der neuen Trilogie. Das hat sicherlich nicht nur was mit dieser Kulturkampffrage zu tun, sondern primär eigentlich andere Gründe, weil es einfach aus unterschiedlichen Aspekten her filmisch und erzählerisch schwach ist. Aber leider geht das ja auch oft einher, dass dann jetzt vielleicht auch die ein oder andere zwanghafte Vorgabe vom Producer dann halt gibt, wo man dann halt auch merkt, dass halt Sachen nicht mehr vernünftig erzählt werden, sondern dann, wie jetzt halt zum Beispiel bei Star Wars, die gute Ray halt übermächtig und überstark ist, was dann ja auch von der rechten Bubble, der rechten Filmkritik halt sehr belustigend dann halt auch oftmals behandelt wird. Und hier stehen wir auch irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen oftmals, weil auf der einen Seite ist es ja auch gut, wenn da probiert wird, Diverser zur Hand haben und halt sowas mit einfließen zu lassen und dass jetzt halt nicht mehr jeder Film irgendwie Cowboy und Indianer ist. Und Native American. Natürlich. Genau, da siehst du, da sind wir schon direkt da im Thema. Und Indigener. Ja, vielleicht muss man ja wirklich das am Anfang sagen, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast. Uns geht es ja wirklich nicht darum, dass wir irgendwie uns jetzt gegen Repräsentation stellen wollen, wenn wir das jetzt heute behandeln oder so. Natürlich finden wir es gut, wenn Medien mehr die tatsächliche Realität abbilden und Leuten auch, die in sonst verschiedene Berufssparten versperrt wurden, die Möglichkeit haben, dort jetzt auch dann eben im kulturellen Bereich tätig zu werden. Nur, wie wir sehen werden, zu dem ganzen Thema Kulturkampf haben wir eine sehr starke Kritik, gerade auch an dem Umgang der Linken. Aber auch hier sei dann schon mal gesagt, dass es natürlich klar ist, dass es hier nicht um eine Industrie geht, die einfach bewusst aus gutem Willen und einem guten politischen Bewusstsein diese ganzen Dinge tut. Ja, diese ganzen Klarstellungen und diese ganzen vorsichtigen Formulierungen am Anfang gehören auch zu dem Thema dazu, finde ich, weil wir wollen ja auch nicht unter die Räder des großen Kulturkampfs geraten und falsche Anschuldigungen erliegen. Aber wir wollen uns auch heute darauf konzentrieren, eine möglichst nüchterne Analyse von dem zu liefern, was uns da gerade umgibt und zu Kulturkampf generell. Und deswegen stelle ich euch auch die Folge heute erstmal ein bisschen vor, anhand welcher Aspekte wir dann darüber sprechen werden. Zuerst klären wir die grundsätzliche Frage, was überhaupt ein Kulturkampf ist. Sprechen dann über die Wandlung des Kulturkampfs, also eine kleine Geschichte der Entwicklung von eben diesem, gefolgt von dem Nutzen des Kulturkampfs, um dann damit abzuschließen, wie wir als Revolutionäre und Revolutionärinnen zum Kulturkampf stehen sollten. Beginnen wir also mit einer Klärung. Was ist der Kulturkampf überhaupt? Ja, wie wir eingangs schon erwähnt haben, Kulturkampf ist eigentlich zu einer der zentralsten Begrifflichkeiten im politischen Diskurs geworden. Da muss man erstmal feststellen, dass das nämlich mit dem Rückgang von anderen Kämpfen zusammenhängt. Nämlich dem Rückgang von klassenkämpferischen Spannungen und vor allem auch Mobilisierung. Denn während die stark abnehmen, während wir einen deutlich geringen Organisierungsgrad in Deutschland sehen und während auch die Radikalität der Kämpfe deutlich abnimmt, haben gleichzeitig die Konflikte rund um Fragen von Identität und Kultur stark zugenommen. Ich finde, das ist auch erstmal schon mal direkt zum Beginn eine ganz zentrale Beobachtung, die, wie ich finde, uns in der Betrachtung dieses Themas durch die gesamte Folge tragen sollte und auch einen viel, viel stärkeren Fokus bekommen sollte, weil uns diese Frage, denke ich, doch einige Hinweise schon bereits mit an die Hand gibt. Und erstmal grundsätzlich kann der Kulturkampf dann auch definiert werden als ein Kampf verschiedener politischer Gruppen um die Frage der zu Staatsinteresse und den Bedürfnissen des Volkes passender Kultur und Identität. Da kann man auch direkt schon mal sagen, Rechtsradikale und Linksradikale sehen hierbei dann auch diesen Konflikt als Teil eines größeren Kampfes, der auch übernationale oder globale Dimensionen haben kann. Und dieser Konflikt zeigt sich dann eben auch in Bezugnahme auf bestimmte Interessen. Beispielsweise dieser Gender-Scheiß und die Regenbogen-Armbinde in Katar lässt uns wie eine schwache und lächerliche Nation dastehen. Oder eine Transabgeordnete wie Tessa Ganserer ist für die queeren Teile der deutschen Bevölkerung ein wichtiges Vorbild und macht auch Deutschland zum Vorbild für eine moderne, weltoffene europäische Nation. Und genauso wird neben dem Vorteil oder Nachteil einer Sache in der Staatenkonkurrenz Bezug auf die Vorlieben der Bevölkerung genommen. Zum Beispiel Gendern ist total unpopulär und macht den Menschen nur das Leben schwer. Oder Deutschland ist bunt und das muss sich auch in medialer Repräsentation zeigen. Ja und dieser Konflikt wird dann auch von einem großen Teil der Partizipierenden als nicht nur ein einfach individuelles Phänomen diesen ganzen Teilfragen gesehen, sondern als Teil einer grundsätzlich gezielten Verschwörung gegen den eigenen Lebensstil beziehungsweise die eigene Kultur. Und diese Haltung ist eben besonders stark dann auch bei Rechten und Linksliberalen und eher seltener bei Linksradikalen zu finden. Bei letzterer haben zumindest manchmal ein Verständnis, dass Kulturproduktion auch unabhängig von einem bösen großen Plan passiert, nämlich eher dann aufgrund von kultureller Vorprägung der Gesellschaft, Marktanalyse der Unternehmen und ihren Gewinnversprechen, die dann eine bestimmte Art von Kultur hervorbringen. Ich finde, das sieht man dann auch häufig auch in dem, wie Rechte und Linksliberale dann davon sprechen, Es muss immer diese eine große Verschwörung sein, die in irgendeiner Art und Weise so einen ganz fiesen und hinterlistigen Plan verfolgt, um Deutschland dann eben durch ganz viel Gender und Antirassismus an die Wand zu fahren und die reguläre Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Familie zu zerstören. Und auf der anderen Seite dann natürlich von Linksliberalen immer alles, was in irgendeiner Art und Weise reaktionäre Kultur dasteht, ist Teil von dem großen Plan von AfD mit russischen Hintermännern, um jetzt Deutschland in eine autoritäre Demokratie à la Orban zu verwandeln. Ja, und diese Grundelemente des Kulturkampfs, die wir jetzt angesprochen haben, haben sich historisch ziemlich stark gewandelt. Und das führt uns auch zu dem Anfangspunkt von Kulturkampf, zumindest wenn man im Internet danach sucht. Denn wenn man das Wort Kulturkampf eingibt, wird man ungefähr zu 50 Prozent aktuelle Behandlungen des Themas finden. Zur anderen Hälfte dann ziemlich viele historische Abhandlungen und Erklärungen für Abiturschüler über den Kulturkampf zwischen dem Deutschen Kaiserreich und dem Katholizismus. Ich wollte gerade sagen, als ich Kulturkampf bei Google eingegeben habe, da ist mir eigentlich nur der Kaiser entgegengekommen. Er hat dann zum Beispiel irgendwie Schach gespielt gegen irgendwelche Pfaffen oder so. Ach stimmt, diese eine Karikatur, ja. Ich glaube, die musste ich auch mal in so einem Geschichtsvortrag darüber nehmen. Oder habe ich? Ja, denn der ursprünglich deutsche Begriff des Kulturkampfs bezieht sich eben auf den Konflikt zwischen den diversen Staaten im 19. Jahrhundert und der katholischen Kirche. Der Begriff wird vor allem für die Konflikte in den deutschen Staaten wie Österreich, der Schweiz und allen voran dem deutschen Kaiserreich verwendet. Dieser Konflikt verlief von 1870 bzw. 71 bis 1887. Und hierbei war das erste Vatikanische Konzil mit seiner Definition der Unfehlbarkeit des Papstes von 1870 ebenfalls ein signifikanter Einflussfaktor. Grundsätzlich ging es aber um die Frage, die wir auch in unserer letzten Folge über den Faschismus gesehen haben, nämlich die Problematik durch die immens mächtigen Eigeninteressen der katholischen Kirche, welche eine Gefahr für die Durchsetzung des Staatsinteresses bildeten. Ja, und dies überträgt sich dann auch immer auf die Angst davor, dass der katholische Bevölkerungsanteil sich im Zweifel immer auf die Seite ihres heiligen Glaubens schlagen wird und damit dann auch illoyal gegenüber dem Staat handelt. Das ist ein Motiv, das findet sich auch in Kulturkämpfen bis heute. Das ist nämlich eine grundsätzliche Angst vor illoyalen Elementen im Staat, die ihre eigenen Interessen verfolgen oder auch bei Organisationen, die dann Teile des Staatsvolks für ihre Zwecke einsparen und diese dann gegen das Interesse des Staates handeln lassen. Und damit dann aus der Sicht der Nationalisten gegen eigentlich ihre eigenen Interessen als Staatsbürger, als Teil des Volkes und auch die aller anderen handeln. Und da kann man natürlich auch einmal kurz anmerken, dass es Konflikte rund um die Frage von Kultur, gerade auf religiöser Ebene, auch natürlich schon vor dem Kampf zwischen Kaiserreich und Katholizismus gab. Aber einfach aufgrund der starken Vereinheitlichungstendenzen von den modernen Nationalstaaten und natürlich auch die besondere Situation der späten Reichsgründung in Deutschland, diese Konflikte einfach auf einem ganz anderen Niveau verlaufen sind. Und gerade dann im Deutschen Kaiserreich ist natürlich auch große Wünsche nach einer starken Modernisierung und einer schnelleren Vereinheitlichung gab, da man sich immer in einem Konkurrenznachteil gegenüber dem französischen und dem britischen Nationalstaat gesehen hat. Zu diesem Grundkonflikt im ersten großen deutschen Kulturkampf kamen dann auch noch konkrete historische Tendenzen hinzu. Also erstmal natürlich allgemein der protestantisch-katholische Konflikt, weil auch die protestantischen Landeskirchen haben auch da mitgemischt, beziehungsweise auch die antikatholische Stimmung ganz gerne gesehen. Im Parlamentarismus dann natürlich nochmal der wachsende Einfluss der Zentrumspartei, die es ja tatsächlich auch bis heute noch gibt, als Ausdruck des politischen Katholizismus. Und auch diese Modernisierungs- und Säkularisierungstendenzen, die auch einfach in der Herrschaftselite vorgeherrscht haben und man sich ja sehr gerne damals auch so als große liberale Reformer gegeben hat, gerade auch in der preußischen Elite, sowie auch der Wunsch, was dann häufig auch unterschlagen wird, von der Möglichkeit der Entrechtung der polnischen Bevölkerung im Osten und damit dann auch die Möglichkeit, die Germanisierung in den teils sehr stark polnisch besiedelten Gebieten Ostpreußens vorantreiben zu können. Ja und wer jetzt wie Marian dann auch Kulturkampf bei Google eingeben wird, wird neben diesen Karikaturen vom Kaiser und den Pfaffen auch sehr viele zu Bismarck finden. Weil Bismarck in seiner Rolle als Reichskanzler war eigentlich die federführende Person im Kulturkampf. Und so wurden dann auch einige Gesetze erlassen. Beispielsweise die Einführung der Zivilehe geht tatsächlich hier in Deutschland daraus hervor. Also die Möglichkeit von einer standesamtlichen Trauung und auch das Verbot der religiösen Voraustrauung, die glaube ich genau in der Form auch bis 2008 noch weitergeführt wurde und dann glaube ich ausgesetzt und wieder neu eingesetzt. Also das Verbot, dass es eine kirchliche Trauung vor der Zivilehe geht. Und das war natürlich ein richtig harter Angriff, weil damit hat die katholische Kirche einen Verlust eines ihrer wichtigsten historischen Vorrechte verzeichnen müssen, das ja auch eigentlich bis heute in seinem Glanz nachwirkt. Auch viele Leute, die keinen starken Bezug jetzt mehr zum Katholizismus haben, haben immer noch diesen Traum und diese Vorstellung von die Ehe wird besonders geheiligt, wenn sie jetzt in einer schönen Kirche von einem Pfaffen dann abgehalten wird. Genauso gab es dann auch mit dem Kanzelparagrafen eine ziemlich starke Einschränkung für den katholischen Klerus. Da wurde nämlich verboten, dass der Priester sich staatskritisch äußern darf. Dazu kommen noch diverse kleinere Gesetze, die teilweise dann auch nur in Preußen erlassen wurden. Und da waren nämlich auch diese antikatholischen Gesetze nochmal deutlich strenger. Durch diese von dir angesprochenen starken Gesetzesänderungen kam es eben zu gesteigerten Repressionen und zu Spannungen zwischen dem Gesamtstaat und der katholischen Bevölkerung und ihren Organisationen. Gleichzeitig waren zunehmend selbst die protestantischen Teile des Reiches beunruhigt und fürchteten. Eine Ausweitung auf alle Kirchen, was wiederum dazu führte, dass es zu einer Annäherung zwischen dem Kaiserreich bzw. Bismarck und dem neuen Papst Leo XIII. kamen und damit zu vielen Milderungen vorher erlassener Gesetze. Nach diesem Schema des Kulturkampfs können wir dann diverse darauf folgende globale Konflikte betrachten. Die Kirche war zumindest in Deutschland als ernstzunehmender Konkurrent maßgeblich eingehegt nach 1945. Aber der Konflikt um Säkularisierung, der trägt sich nichtsdestotrotz in diversen Staaten bis heute weiter. Beispielsweise in der Türkei, Ukraine und den Vereinigten Staaten. Und auch hier haben wir ja jetzt nach wie vor keine zu 100% Trennung von Kirche und Staat, wenn man dann an die Kirchensteuer denkt und so. Also aber trotzdem ist es ja ein sehr, sehr, sehr kleiner Kulturkampf, der stattfindet. Beziehungsweise ist es nicht sonderlich auf der Tagesordnung jetzt eine weitere Säkularisierung und Trennung von Kirche und Staat in Deutschland zu fokussieren. Trotz der Missbrauchsskandale. Ja und wie wir wissen, kam es dann nach 1945 direkt zu der nächsten großen Konfrontation der Machtblöcke mit dem Kalten Krieg und dem Konflikt zwischen den kapitalistischen und sozialistischen Staaten. Hier stand dann der Kulturkampf ganz im Zeichen der linken Jugendbewegung, Studentenbewegung und Subkulturen der 60er und 70er Jahre in Westdeutschland. Weil hierbei spielte dann die Angst vor einer fünften Kolonne der sozialistischen Staaten eine immense Rolle. Eigentlich auch schon so ein bisschen, wie wir es gerade beim politischen Katholizismus gesehen haben und der Loyalität zu Rom beziehungsweise dem Papst. Gleichzeitig hatte man natürlich auch große Angst vor neuen antinationalen und sozialistischen Inhalten dieser Bewegung. Auch hier wurde dann eben wieder der innere Feind in Zusammenhang mit Verbindungen und Loyalitäten ins Ausland ausgemacht. Beispielsweise dann die Bekenntnisse zu eigentlich sozialistischen Feindesstaaten Westdeutschlands. Es gab ja sehr viele in den Jugend- und Studentenbewegungen, aber auch den Organisationen, die solidarisch zu der DDR standen und die eigentlich als das bessere Deutschland angesehen haben. Oder die sich auf die Seite Vietnams im Konflikt mit den USA geschlagen haben. Oder auch Solidarität zu dem noch zu erkämpfenden palästinensischen Nationalstaat verlautbart haben. Und das alles wird natürlich in einer engen Verbindung dann gesehen mit den gleichzeitig boomenden Subkulturen, die in einer offenen Konfrontation zu der westdeutschen Mehrheitsbevölkerung standen. Und natürlich auch in dem Generationenkonflikt, der sich darin gezeigt hat. Dieser Konflikt zwischen Subkultur und Mehrheitsbevölkerung, der zeigte sich dann nicht immer nur in diesem Vorwurf der Illoyalität, sondern es gab ja auch eher unpolitischere Subkulturen. Da können wir dann auch schon so eine gewisse Wandlung von dem Kulturkampf sehen. Bei vielen wird dann nicht diese Illoyalität durch das Bekenntnis zu einer fremden Macht vorgeworfen, sondern eine Loyalität, die sich eher auf die eigene Gruppe, die eigene Subkultur bezogen hat. Und die sich dann auch in allen kulturellen Formen von der Mehrheitsbevölkerung, dem Mehrheitsstaatsvolk abkapselt und sich ihre eigene Gegengesellschaft aufbaut. Also eigentlich das, was wir bis heute mit der Angst vor der Parallelgesellschaft kennen. Punks, Skinheads, Mettler, Skater stellten einen gerade für die Jugend sehr ansprechenden Gegenentwurf zur Konformität der westdeutschen Gesellschaft dar. Und strahlt ja auch eine gewisse Gefahr für zumindest so eine bürgerliche Presse erstmal aus, weil wer jetzt den ganzen Tag Punkmusik hört, sich zulaufen lässt und irgendwie No-Future mäßig drauf ist, der arbeitet sicherlich auch weniger für den eigenen Standort. Absolut richtig und nimmt ja auch sonst an vielen Teilen des staatspolitischen Programms einfach nicht teil. Hat wirklich seine eigene Gegengesellschaft mit eigenen Regeln und Normen. Dazu kam dann auch noch eine Skandalisierung, die wir ja auch bis jetzt immer in Kulturkämpfen sehen. Dass sich wirklich auch einfach über die Geschmacklosigkeit der jeweiligen Subkulturen echauffiert wurde. Etwas, was uns völlig fremd ist, sowas zu tun. Ich meine, habt ihr jemals, habt ihr jemals in diesem Podcast irgendein schlechtes Wort über die Punk-Subkultur als Beispiel gehört, dass sie irgendwie, dass das geschmacklos ist oder so nie, oder? Guck mal, mein Lieber, es geht ja hier auch um eine nüchterne Betrachtung der Sache. Und da muss man ja sagen, nach diesem Schema führen wir ja so gesehen auch einen Kulturkampf mit den Subkulturen, weil wir sagen, die haben auch eben nicht diese primäre Loyalität zum eigentlich revolutionären Zweck, zu dem wir uns zusammenfinden und unseren geteilten Interessen als lohnabhängige Klasse. Und so führen wir natürlich auch unsere Kulturkämpfe. Was ja auch objektiv richtig ist. Genau, und man kann sich ja auch über die Geschmacklosigkeit in diversen kulturellen Fragen diverser Subkulturen auch natürlich auslassen. Und erheitern. Erheitern, ja. Vor allem erheitern. Ja, und das funktioniert eben dann, egal in welchem Kulturkampf unserem oder dem des westdeutschen Staates zu der Zeit, dann natürlich bei dem Thema Geschmacklosigkeit an der Frage, so etwas gehört sich nicht. Und das lässt uns vor allem auch alle schlecht dastehen. Also muss man ja auch sagen, das war ja auch damals wirklich so das Ding irgendwie, gucken wir, es kommen jetzt hier irgendwelche Touris oder ausländischen Gäste nach Deutschland. Die wollen sich dann eigentlich hier die schöne, im Gegensatz zu bei uns hier oben nicht mehr bestehende pittoreske süddeutsche Kleinstadt anschauen. Und dann lungern halt auf dem Marktplatz irgendwie 50 besoffene Punks oder Goffs oder Mettler rum. Und besonders effektiv war natürlich, wenn die Handlungen oder die kulturellen Aspekte dann auch noch Gewalt und illegale Handlungen beinhalteten. Und das wurde dann natürlich, wenn so etwas von der Subkultur ausging oder wenn etwas in irgendeiner Art und Weise Teil davon war, besonders skandalisiert. Und natürlich auch immer zu den großen Geschichten aufgeblasen, die dann eigentlich synonym für die jeweilige Subkultur stehen sollten. Häufig wurde das natürlich auch sehr ausgeschmückt und entsprang teilweise noch eher der kreativen Vorstellung der Schreiberlinge bei Bild & Co. Hier beispielsweise mit dem Stichwort Satanic Panic, wo dann angefangen mit Metal, satanische Botschaften, Aufruf zu Menschenopfern und asozialem Verhalten in frühen Metal-Songs ausgemacht wurde. Und was sich dann auch auf spätere Subkulturen übertragen hat. Gleich ein Vorwurf fand sich dann natürlich auch bei Goff, bei Neo-Folk oder auch schließlich dann bei Black Metal, wo man dann ja auch die berühmt und berüchtigt gewordenen Ereignisse rund um die zweite Welle des Black Metals in Norwegen und Schweden zum Anlass großer, skandalträchtiger Geschichten genommen hat. Ja, in Deutschland fand sich hier die letzte richtig große Auseinandersetzung von, ich sag jetzt mal, sehr stark musikalisch fokussierten Subkulturen, weil alles, was wir genannt haben, hat ja letztendlich so einen musikalischen Background. Mit der Skinhead-Subkultur und dem Neonazismus in Ostdeutschland. Denn nach 1991, dem Ende der Systemkonkurrenz, wurde lange die Loyalität ins Ausland zu einem geringeren Problem. Und stattdessen wurde der gesamte Fokus des Kulturkampfs auf das auf eine Linie bringen der eigenen nationalen Kultur gelegt. Und hier stellten eben neben Punks und migrantischen Jugendbanden die rechten Skins in Ostdeutschland die größte Gefahr dar. Sie beschmutzten den Sieg des westdeutschen Nationalismus durch die Wiedervereinigung und stellten in noch nicht ganz eingehegten Gebieten Ostdeutschlands die Systemfrage mit immenser Straßenmacht. Weil man wollte sich natürlich hier auch darstellen als das geläuterte Deutschland, was jetzt nach dem großen Sieg über den Faschismus auch mit dem Sieg über den Realsozialismus das alles beiseite gefegt hat, um dann als geeintes Deutschland ohne extremistische Bestrebungen in die Zukunft des freien Marktes zu schreiten. Aber die Skins standen eben dann im Konflikt zu genau diesem Abschluss mit dem Nationalsozialismus von Westdeutschland und machten die zunehmende Einbindung Deutschlands in den Weltmarkt und Zugriff auf ausländische Fachkräfte schwieriger. Zuerst sehr zaghaft, dann konsequenter, begleitet von viel medialer Berichterstattung und staatlicher Mobilisierung, wurde versucht, die rechtsradikale Straßenpräsenz und Subkultur in legale Rechteorganisationen zu binden und vor allem die Subkultur der Skins zu diskreditieren. Weil man muss sich das ja auch vergegenwärtigen, was das dann für Probleme für den Standort Deutschland gemacht hat, dass halt diese billigen Arbeitskräfte, die hier hingekommen sind, um das Wirtschaftswunder mit zu vollbringen, dass die dann halt eben angegriffen und verfolgt wurden. Das ist natürlich dann auch ein Problem für diesen Staat gewesen. Selbst wenn viele Rechte in CDU und Co. dann auch klammheimliche Freude dafür empfunden haben. Ja, und während dieser Konfliktherd über die 90er hinweg deutlich ruhiger gestellt werden konnte, auch dann mit einer gegenkulturellen Bewegung, wir denken hier an die großen Lichterketten-Mobilisierung, machten sich andere auch weniger politisierte Kulturkämpfe bemerkbar. Zum Beispiel der Konflikt rund um Videospiele, die Killerspiele, die fiese Berichterstattung, dass jeder 13-jährige Jugendliche, der jetzt irgendwie zu viel Counter-Strike spielt, übermorgen in seiner Schule alles wegmetzelt. Oder auch der Drogenkonsum bei Jugendlichen, wo dann das ganze Kiffen, Koma saufen und die darum entstandene Kultur auch wieder mit Merkmal darauf zu sagen, ja, die lungern ja nur rum, nehmen halt Drogen den ganzen Tag und sind halt nicht mehr produktiv für unseren Staat. Aber ich erinnere mich speziell an diese Koma-Saufen-Debatte auch noch so in meiner Jugend, dass da dann eine Zeit lang halt viel drum geredet wurde, was dann auch immer so eine Frage ist, wie viel, das hattest du ja, glaube ich, schon in der Einleitung gesagt, wie viel Gehalt da jetzt wirklich halt drin ist und wie viel einfach dann so aufgeladen ist, um halt einen gewissen kulturellen Gegendruck auszuüben. Das war ja, glaube ich, auch so diese Zeit von dieser Diskussion, das ist so ein Begriff, den kennt man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so. Koma-Saufen, ja. Koma-Saufen, aber auch Alkoh-Pops. Alkoh-Pops, ja. Kennst du das noch? Also diese, das war ja auch so diese Zeit mit diesen vorgemischten Getränken so, das war so ganz am Anfang meiner Jugend oder eigentlich erst späten Kindheit mit dieser Sache mit Smirnoff-Eis und so, als das super populär war und es große Angst darüber gab, jetzt gibt es den Alkohol, der für Kinder nicht mehr scheiße schmeckt, sondern eigentlich wie so ein relativ süßer Softdrink. Wo man sich ja auch wirklich, das sind auch alles so Sachen, da kann man und muss man sich natürlich auch drum streiten, auch als revolutionäre Bewegung. Natürlich, ich meine, sowohl an diesem Thema, als auch jetzt zum Beispiel an neuen Medien, die dann aufgekommen sind, mit auch den Gewaltvideos, mit Online-Mobbing und auch mit Videospielen, was vorhin gesagt wird, das sind ja auch neue Phänomene, die erstmal gesellschaftlich ausgehandelt werden. Das ist ja mit all diesen kulturellen Fragen dann halt so. Etwas kommt halt neu auf oder etwas bekommt halt durch unterschiedliche Entwicklungen eine neue gesellschaftliche Relevanz. Und dann ist es ja auch normal, dass dann in den Medien darüber geredet wird, dass halt auf dem Schulhof darüber geredet wird, dass halt auf der Arbeit darüber geredet wird. Es gibt halt nur oftmals eben diese Zuspitzung zu so Maximaltendenzen, wo dann halt eben gesagt wird, ja, jetzt sterben halt alle Jugendlichen an der Alkoholvergiftung oder so im Prinzip. Oder zumindest wird es dann halt auch immer so, weil sich das halt auch gut verkaufen lässt, weil halt so gesellschaftlich das halt mit dem Kulturkampf funktioniert. Absolut. Aber natürlich steht auch diese, finde ich, besondere Zeit, so der Nullerjahre und der späten 90er auch eben aufgrund dieses besonderen historischen Moments im Zeichen dieser endpolitisierten Kulturkämpfe so. Wir hatten wirklich eine kurze Periode der Beseitigung politischer Gegenbewegungen links und rechts und gleichzeitig das Ende von Systemkonkurrenz. Das blieb aber, auch wenn wir heute natürlich immer mal wieder so Sachen haben, wie jetzt den Konflikt rund um Rasa-Kultur als ein Beispiel von eher endpolitisierten, nicht lange so. Weil unsere heutigen Kulturkämpfe sind maßgeblich von drei Elementen geprägt, die jetzt auch nochmal diesen Wandel eigentlich ganz gut darstellen. Weil mit den Anschlägen vom 11. September rückte nämlich eine neue globale politische Gegenbewegung von rechts in den zunehmenden Fokus, nämlich die Gefahr des islamischen Fundamentalismus. Und gleichzeitig dann auch übertragen auf die westlichen Staaten die Angst vor der Illoyalität der islamischen Gemeinschaften. Und das eigentlich dann auch, muss man sagen, nicht unähnlich zu dem Konflikt des deutschen Kaiserreiches mit seinen katholischen Bevölkerungsteilen. Hier dann auch wieder so Fragen wie Auslandsfinanzierung der Moscheen, Loyalität dann in die islamischen Herkunftsstaaten und vor allem zu ihren religiösen staatlichen Institutionen. Der Islam in Schule und Jugendkultur oder auch die Frage der Verschleierung oder von islamischen Hochzeiten. Da wird jetzt heute nicht unser Fokus drauf liegen, weil wir haben dazu wirklich zwei sehr ausführliche Folgen gemacht. Einmal die Folge 82, nämlich allgemein über die Islamdebatte und die Folge 90 dann im Speziellen über die Islamdebatte in der Linken. Deswegen liegt unser Fokus eher heute auf zweitens, nämlich den Fragen rund um den Konflikt zwischen einem liberalen Nationalismus, der sein Staatsvolk anhand von Staatsbürgerschaft und mit Rücksicht auf die diversen Zusatzidentitäten sieht und diese dann, also beispielsweise Geschlecht, religiöses Bekenntnis etc. akzeptiert und in der Ausbildung dieser Zusatzidentität in Teilen dann auch fördern möchte. Auf der Gegenseite dann einem konservativen Nationalismus, der die Identität als ethnisches Staatsvolk in den Mittelpunkt rückt und Zusatzidentitäten grundsätzlich eher skeptisch gegenübersteht und eine Verschwörung zur Zerstörung der Grundidentität im Vollzug sieht. Als letztes dann eben, nämlich drittens, die großen technologischen Änderungen. Wir haben ja schon die Frage gestellt, was hat sich da eigentlich gewandelt von eben dieser Führung von Kulturkampf durch jetzt die klassischen Medien, Zeitungen, vor allem auch von den Skandalblättern, hin zu jetzt unserem heutigen Kulturkampf. Und wir sehen einfach mit den technologischen Änderungen, mit Smartphones, mit sozialen Medien, eine Demokratisierung und eine schnellere Reaktion, weg von den großen Medienhäusern. Jeder kann jetzt sehr schnell und mit großer Reichweite seinen Protest an einem Stück Kultur öffentlich machen. Früher musste, um mal einen Kulturkampf dazunehmen, beispielsweise bei dem Konflikt von christlichen Fundamentalisten in den USA mit den Harry-Potter-Filmen und Büchern, was heute auch so ein bisschen bescheuert wirkt. Ja, aber auch ein gewisses Revival anhand eines anderen Kulturkampfes über J.K. Rowling halt erfährt zu der Frage von Transidentitäten und so. Ja, ja, mit einer anderen Schlagrichtung. Ja, absolut. Und vielleicht mehr Basis in der Realität. Ich dachte nur Harry Potter, da gibt es doch auch was aktuelles. Da war es beispielsweise im Gegensatz jetzt zu dem heutigen Konflikt um J.K. Rowling und die Frage von Transfrauen, Transidentität, eben nicht die Möglichkeit, sich einfach mal eben schnell in den Kommentarspalten von YouTube und den sozialen Medien dazu zu äußern, bei jeder neuen Sache, die darüber bekannt wird. Sondern die Leute mussten einmal ihre eigenen Medienmaschinen mit großem Aufwand anwerfen und gleichzeitig der Protest dann auch auf die Straße getragen werden. Was ja auch was ist, was wir heute wirklich in der Form einfach bei Kulturkampf nur noch in einem sehr begrenzten Maßstab zu früher sehen. Früher gab es ja wirklich aufgrund von Konzerten, aufgrund von bestimmten Veranstaltungen oder auch den Verkäufen von Büchern oder so, wirklich große Protestaktionen, Boykottaktionen. Das sehen wir in einem begrenzten Maßstab beispielsweise jetzt noch beim Israel-Gaza-Konflikt und auch von links manchmal, dass es dann... Wie zum Beispiel Rammstein, ne? Genau, bei Rammstein oder dass es dann irgendwelche Antifa-Kundgebungen gegen in irgendeiner Art und Weise tatsächlich Rechte oder der rechten Szene nahestehende Musiker gibt. Aber mit diesen Massenmobilisierungen von vorher hat das nicht mehr so viel zu tun. Und das liegt natürlich auch daran, an dem Übergang dieses Protestes eher in die sozialen Medien und die Kommentarspalten und auch die Möglichkeit von den Leuten da viel einfacher zu partizipieren. Weil früher eben dieses Anwerfen von den Medien, von den eigenen Medienmaschinen war einmal deutlich träger und gleichzeitig auch diese Straßenproteste waren auch einfach mit einer höheren Hürde zum Einstieg verbunden. Das heißt, die ganzen Leute, die sich früher vielleicht dann einfach nur bei der konservativen Radioshow oder beim Lesen von einem Artikel über diese oder jene Kulturform aufgeregt haben, haben jetzt sehr einfach die Möglichkeit, ihre Meinung dann ins Internet zu tragen und wirklich Teil von diesen Kulturkämpfen zu werden. Ich finde, das bringt uns auch so ein bisschen jetzt zu der Frage des Nutzen des Kulturkramms. Das, was für mich so als erstes so direkt in den Kopf gestoßen kam, als du das gerade ausgeführt hast, dass alle da Teil von werden können, indem sie einfach nur schnell ihr Handy anwerfen. Ein Nutzen wäre zum Beispiel, einfach Dampf ablassen, wenn man sich das mit halt anguckt, dass man halt einfach Probleme auf der Arbeit hat, unzufrieden mit seinem Leben ist, was weiß ich, und dann halt einfach sagen kann, hier, guck mal, jetzt wollen auch noch diese ganzen Transgender-Gaga-Leute halt irgendwie das und das oder jetzt ist wieder da und da irgendein linken Politiker mit einer Russland-Fahne rumgelaufen oder so und jetzt gehe ich da voll rein und lasse meinen ganzen Hass mit meinen 30 Spam-Accounts halt bei Twitter irgendwie raus. Das hat ja einfach auch eine gesellschaftliche Druckfunktion, die da ausgelassen wird, die sich wieder unter der Zurücknahme auf, was wir am Anfang gesagt haben, dann nicht mehr in Klassenkämpfen entlädt, sondern am Ende des Tages in einem Kampf von der Klasse unter sich anhand dieser aufgespaltenen Kulturfragen. Aber lass uns nochmal tiefer reingehen in den Nutzen des Kulturkampfes, denn wie wir gesehen haben, ist historisch betrachtet der Kampf rund um die Kultur wichtig für jeden Staat, der um die Einheit, seine Staatsvolkes und die Verpflichtung von diesem auf das staatliche Interesse bemüht ist. Jeder halbwegs funktionsfähige Staat wendet immense Ressourcen auf, um seine kulturelle Landschaft so zu formen, wie es ihm zuträglich ist. Man denkt hier an die massiven Förderprogramme in Deutschland zur Förderung diverser Lokalkulturen, marginalisierter Gruppen, beispielsweise jüdischer Gemeinden oder Hochkultur wie Opertheater, die sonst auf dem freien Markt gar nicht überleben könnte. Genau an diese Ressourcenvergabe und Ausrichtung werden dann die unterschiedlichen Interessen formuliert. Es besteht also ein ganz materieller Verteilungskampf für die eigenen oder bevorzugten kulturellen Einrichtungen. Gleichzeitig wird der Abbau von Finanzierung für ungewünschte kulturelle Förderung auch als Sparmaßnahme vor allem von rechts gesehen. Abgesehen davon wird an den Anspruch des Staates, wie wir eingangs gesehen haben, Kritik formuliert, ob es nun wirklich passende Kultur für das Staatsinteresse beziehungsweise seine innere Ausrichtung ist. Ja und ich finde, das ist auch ein ganz zentraler Punkt in der Frage, wie neutral sind denn jetzt zum Beispiel unsere Medien, weil das ja auch ein ganz elementarer Teil dieses Kulturkampfs, der von rechts betrieben wird, ist, wo dann immer wieder die werden gesteuert und wenn dann irgendwelche Journalisten irgendwelche rechten Demonstrationen begleiten, wird dir dann halt gesagt, ja du bekommst doch hier nur deine Aufträge von sowieso und du sagst doch einfach nur das, was dir vorgesagt wird. Und natürlich ist das Unsinn, aber in dieser ganzen Thematik von, was ich gerade aufgeführt habe, der Förderung oder dem Entzug von Geldern, allein darin sieht man doch halt schon eine ganz klare politische Tendenz, die halt aufgemacht wird und halt wo der Staat eben seine Raison in die Gesellschaft trägt, wodurch ja alleine schon keine Neutralität gegeben ist, was einfach nochmal wichtig ist zu betonen, weil dieser Staat sich immer so darzustellen versucht, dass er die Neutralität auf Erden wäre, die halt einfach über allem stehen würde und ja quasi unpolitisch ist. Ja und unpolitisch beziehungsweise frei von politischen Inhalten ist auch was anderes nicht, nämlich der freie Markt. Denn der deutsche Staat verlässt sich bei der Befriedigung seiner kulturellen Bedürfnisse nicht eben nur auf die Schaffung staatlich finanzierter Kultur, weil das ist ja auch so ein Unterschied, den man dann beispielsweise zu so einem Staat wie Nordkorea sehen kann, der nur vergleichsweise wenig freie Kulturentwicklung auf dem freien Markt erlaubt und das meiste eben staatlich bereitstellt. Deutschland heute importiert sich eben auch viel ausländische Kultur, beispielsweise von US-amerikanischer Musik oder Hollywood-Film. Und das ist auch was, was für die meisten Staaten der Welt eigentlich so gilt. Und natürlich wird auch hier sehr viel Kultur auf dem eigenen lokalen freien Markt erzeugt, die vergleichsweise wenig dann von staatlicher Förderung profitieren. Und hier entsteht dann auch immer wieder ein Konflikt, den wir auch beispielsweise in so Phänomenen sehen können, wie als 2004 sich der Bundestag für eine selbstverpflichtende Radioquote für deutschsprachige Musik aussprach, was, glaube ich, auch ziemlich stark in Vergessenheit geraten ist. Oder auch im Verbot von Hollywood-Produktion, gerade dann in Staaten wie im Iran, in China oder Nordkorea, wo man eben sagt, das ist ein Kulturprodukt, das passt hier nicht hin, das verleitet die Leute zu unserem Staatsinteresse, einfach komplett entgegengesetzten Dingen. Gerade auch in Deutschland wurde dann, weil man sich ja häufig davon abgrenzt, für westliche Verhältnisse lange wirklich vergleichsweise viel an Filmmusik und Videospielen indiziert oder nur geschnitten in den Umlauf gebracht. Was auch etwas ist, was neben Alkopops, Kumersaufen oder so einer Radioquote sehr stark in Vergessenheit geraten ist, was aber für eine lange Zeit sehr prägend für Jugendkultur war. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass in meiner Kindheit und in meiner Jugend das ein großes Ding war, dass man viele Sachen nur stark geschnitten bekommen hat oder es überhaupt nicht auf dem freien Markt verfügbar war. Beispielsweise Deutschrap-Veröffentlichungen, die immer wieder auf dem Index gelandet sind. Oder auch diverse Veröffentlichungen von Metal- oder Punk-Alben. Aber auch bei Videospielen war das damals ein richtig großes Ding. Ich kann mich daran erinnern, dass Fallout 3 nur extrem geschnitten auf den deutschen Markt kam und man hier dann wirklich nur die Möglichkeit hatte, da waren es dann viele Gewaltschnitte, aber es gab auch bei so Reihen wie Wolfenstein extrem starke Schnitte von der Story und man wirklich nur die Möglichkeit hatte, wenn man das wollte, musste man einen bestimmten kleinen Hinterhof-Videospielladen kennen, der dann unter der Theke die österreichischen Titel verkauft hatte, die dann dort einfach ungeschnitten auf den Markt kamen. Ja, und bei Wolfenstein speziell haben wir das Phänomen ja auch bis heute, dass dann halt, falls ihr das jetzt nicht kennt, ist halt so ein Ego-Shooter, das halt in so einer Nazi-Deutschland-Post-Apokalypse-mäßig spielt und wo dann halt einfach die ganzen Hakenkreuzfahnen ausgetauscht werden gegen irgendein anderes Symbol oder halt einfach nur freigelassen werden, wo dann halt einfach nur der weiße Kreis frei ist und dann halt eben so jemand wie Hitler, der dann ja auch in irgendwelchen Formen dann auch vorkommt, umbenannt wird und so und das gibt es ja dann auch, dass das einfach dann so umgeschrieben wird oder von der optischen Darstellung halt verändert wird sehr stark. Was halt schon weird ist, weil halt alles andere halt komplett so aussieht, nur dann diese Symbolik halt fehlt und dadurch ja auch, dass dieses künstlerische Projekt Produkt halt so verändert wird und auch darunter leidet offensichtlich, weil das halt von der Atmosphäre und so weiter halt einiges rausnimmt. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ja keine wirkliche Relevanz hat, also ob da jetzt ein Hakenkreuz ist oder nicht, es wird ja sowieso jeder. Ich würde sagen, es hat schon ein sehr großes Belang, weil man ja aktiv an der Beseitigung dieses Regimes sich dann dem neuen Reich, weil ich glaube, das Regime ist das, wie es jetzt in der geschnittenen Version genannt wird, eigentlich beteiligt und das ein explizit antifaschistisches Spiel ist und damit sogar eigentlich in dem Sinne von dem, was die erzeugen wollen. Das gibt mir immer so diese Vibes von der Zeit als Leute, die mit einem zerschlagenen oder durchgeschnittenen, durchgestrichenen Hakenkreuz auf der Jacke irgendwo hingegangen sind und dann dafür versucht wurden zu belangen wegen dem Zeigen verfassungswidriger Symbole. Das ist vielleicht auch das, wo bis heute eigentlich diese Indizierung und dem Verbot bestimmter Medien noch den größten Einfluss in Deutschland hat, weil wie gesagt, die meisten von den Sachen kennen wir nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch großartig wegen Gewalt oder auch bei Deutschrap oder Metal jetzt großartig verboten oder indiziert wird. Das kriege ich gar nicht mehr mit und ich glaube, das hat sich auch größtenteils aufgehoben und jetzt werden, wenn überhaupt, nochmal so Empfehlungen rausgegeben. Aber wo noch extrem viel indiziert und verboten wird und wo das am relevantesten ist, ist eben bei rechtsradikalen Veröffentlichungen, wo ja die gerade Nazi-Rock oder auch die NSBM-Szene bis heute mit sehr starken Repressionen zu rechnen hat für ihre Veröffentlichung und es immer wieder zu sehr großen Verfahren gibt wegen dann der CD-Produktion in solchen Kreisen. Das Verhältnis dazu hat sich halt einfach verändert und es geht heute primär um so grundlegende Haltungen zu diesen Fragen. Also die Frage, die viel diskutiert werden, sind ja zum Beispiel die staatliche Einmischung ins Kulturleben von linksliberaler Parteiseite. Welche Kultur ist problematisch und oder nicht mehr zeitgemäß für eine Demokratie oder aktiv demokratiegefährdend? Erstmal muss der Kulturkampf von allen politischen Organisationen als Teil ihrer gesamten politischen Praxis verstanden werden. Wer die Kultur dominiert und in seiner Ideologie prägt, hat einen Konkurrenzvorteil gegenüber den anderen Organisationen und kann darüber hinaus auch Personen prägen, die vielleicht die kulturellen Angebote erstmal interessant oder ansprechend finden und noch gar nicht von Inhalten überzeugt sind. Stichwort zum Beispiel die Musik als Einstieg in Politik. Das wird ja auch dann häufig als immer groß verhandelt, wenn es um Rechtsrock oder so geht. Dass halt viele Leute dann erstmal einfach nur die Musik irgendwie gut fanden, wie man das auch immer bei Rechtsrock haben kann, weil das ja schon meistens halt schlechte Musik ist. Egal. Aber es funktioniert halt bis zu einem gewissen Punkt und nicht anders ist es ja auch bei Disney-Produktionen, wenn jetzt da halt politisch eine andere Schlagrichtung reingemacht wird. Das hat ja auch dann halt einen entsprechenden Hintergedanken. Genauso wie jetzt die politische Rechte, wenn man sich da halt anguckt, was die halt für ein gigantisches Medienimperium rund um die Kulturfrage aufgebaut haben. Das ist ja nicht nur was, was halt irgendwie, dass wir jetzt halt so viel über das Gendern und über queere Identitäten und so weiter in Öffentlichkeit sprechen. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass das jetzt für diesen liberalen Staat halt eine Agenda ist und dass halt irgendwie es auch einfach einen allgemeinen, fortschrittlicheren, gesellschaftlichen Entwicklung gibt. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass halt das Rechte-Medien-Imperium gewachsen ist, die halt genau diese Agenda provoziert und immer und immer zu verfolgt, um dann halt auch bei den Menschen ja gleich auch sowas zu erzeugen von. Es wird ja nur noch darüber geredet, was natürlich auch einen Kern von Wahrheit hat, dass viel darüber geredet wird, aber eben nicht nur noch. Und wo man dann halt eben auch probiert, die Deutungshoheit über diesen Diskurs halt zu gewinnen im eigenen Interesse. Ja, bei diesem großen Aufwand, der da reingesteckt wird, diese wirklich starke Verteilung der eigenen Ressourcen auf eben die Verhandlungen und das Einmischen im Kulturkampf von rechts, muss man sich ja fragen, was ist es jetzt, was eben im Speziellen die Rechten als so einen großen Nutzen daraus ziehen können? Und da muss als erstes gesagt werden, sie haben halt die Möglichkeit, dass sie sich hier auf sehr starke Identitätsmarker beziehen können. Und das finde ich eben auch so witzig, weil Identitätspolitik wirklich auch von rechts zu so einem Schlagwort geworden ist, wo primär die Linke eigentlich mit identifiziert wird, wo man ja auch sagen kann, ja, natürlich stimmt das in Teilen, gerade über die liberale Linke, aber Rechte sind eigentlich die stärksten Identitätspolitiker. Das ist dann auch, wie Rechte in diesen Kulturkämpfen arbeiten. Weil wenn Rechte jetzt in irgendetwas die Herabsetzung der eigenen nationalen oder religiösen Identität sehen, können sie damit dann auch immensen Zorn erzeugen, der Vergeltung bedarf, um die Ehre des Symbols wieder herzustellen. Beispielsweise jetzt die Diskussion um die Abwertung von nationalistischen Symbolen dann bei der deutschen ESC-Teilnahme mit der Regenbogenfahne das letzte Mal. Oder auch auf der religiösen Ebene dann die Diskussion ums Zeigen von Mohammed-Karikaturen. Da haben wir ja wirklich eine extrem starke Emotionalisierung um diese ganzen Fragen, um diese ganzen Symboliken. Und das verbindet sich dann auch perfekt in dem, wie du es am Anfang angesprochen hast, dass die Leute dann auch sich richtig wirklich darauf einpeitschen, auf diese Fragen und dann natürlich auch ihrem Zorn online Luft machen. Und das wird ja auch aktiv von eben diesen rechten Medienhäusern befeuert und auch eingefordert. Weil das ist die Sache. In diesen ganzen Dingen, und das ist das Witzige an einem Kulturkampf, wo Rechte jetzt eigentlich so ein Narrativ gewoben haben von das sind die Linken, sind sie eigentlich das genaue Spiegelbild davon nur häufig eigentlich in noch viel schlimmeren Farben, als wie es wirklich die abgefucktesten Linken in diesen ganzen Dingen sind. Man muss dazu sagen, in Deutschland haben die Rechten hier gerade bei den nationalen Symboliken einen gewissen Standortnachteil gegenüber anderen Rechten weltweit. Da der moderne deutsche Nationalismus in seiner linksliberalen Prägung eigentlich recht wenig Wert auf die klassischen deutschen Nationalsymbole legt. Und wie wir ja auch in unserer Folge über den deutschen Nationalismus, gerade eben in unserer Besprechung des neuen linksliberalen Nationalismus, seine Werte eigentlich auch besser durch Regenbogenfahnen, die Ukraine-Fahne oder die EU-Fahne ausgedrückt wird. Und darin dann eigentlich auch den besseren Ausdruck seines Staatsinteresses und seiner weltweiten Ausrichtung sieht. Hier versucht natürlich auch die Rechte, ein aktives Gegenprogramm aufzumachen. Und kann da auch in dieser offenen Konfrontation zu dieser Nationalismus-Konzeption Bodengut machen. Einmal dann durch einen neuen rechten Nationalismus, der eng verbunden ist mit der Politik in der BRD, also vor allem dem Aufstieg der AfD, den wir ja auch besprochen haben. Aber auch so einer neuen nationalistischen Inspiration der deutschen Jugend. Einmal durch globale Internetkultur, gerade ausgehend von den USA mit der Alt-Right. Aber auch so einem migrantischen Diaspora-Nationalismus, der Bezugnahme auf eben türkische, arabische, russische, kroatische Identität, den natürlich auch deutsche Jugendliche dann selber annehmen und für sich eigentlich auch reclaimen wollen. Gerade dann in westdeutschen Großstädten. Im Endeffekt geht es hierbei dann um die Inanspruchnahme des ideellen Lohns, wie wir es im Faschismus nach Hitler benannt haben. Also der moralischen Anerkennung der Leute, die die andere Seite einem versagen möchte. Das funktioniert dann häufig nach dem Schema Jetzt nehmen sie euch auch noch XY weg. Und das funktioniert eben ganz gut, dann vor allem, wenn eben die nicht gewünschte Regierung an der Macht ist. Mit der Ampelregierung. Es geht hier auch vielfach um Streit. Wer wird jetzt als heroisch, besonders staatstragend, wichtig etc. angesehen? Wen erkennt der deutsche Staat in seiner Identität besonders an? Ist XY ein Teil von Deutschland? Welchen Platz sollte XY im Deutschunterricht, Geschichtsunterricht, den deutschen Museen etc. einnehmen? Und das funktioniert einfach von rechts besser, da diese Haltung sich primär aktuell von der AfD formuliert. Natürlich auch teilweise von der CSU und auch den Freien Wählern beschworen wird, deren Kernland Bayern aber im Bundesdurchschnitt einfach materiell sehr gut dasteht. Und die das deswegen auch immer gegen die Zentralregierung in Berlin dann ins Feld führen können. Und die AfD kann dann eben sich in offener Opposition gegen die aktuelle Misiere der Ampelregierung darstellen, beziehungsweise der liberalen Linken im Allgemeinen, die dann damit identifiziert wird. Und so ergibt sich dann auch dieses wirklich sehr naheliegende Argument wieder nach den Schemata, die ich gerade angesprochen habe. Sie haben euch jetzt schon wirtschaftliche Stabilität, günstiges Gas und billige Lebensmittel mit ihrer Politik genommen. Und jetzt, jetzt nehmen sie euch auch noch eure Würde und das Einzige, was euch noch heilig ist. Und es ist dann zum Beispiel Indiana Jones, der irgendwie positiv konnotierte männliche Eigenschaften in den neuen Teilen vermissen lässt und dann irgendwie sehr nachdenklicher, alter, weißer Mann geworden ist, der dann halt irgendwie so ein bisschen dominiert wird von einer jungen, attraktiven, aufstrebenden, erfolgreichen Frau. Aber wenigstens den könntest du mir doch noch lassen. Ja. Und ich will verdammt noch mal, dass mein Deutschland-Trikot Adidas als Sponsor hat. Und nicht pink ist. Selbst wenn ich verdammt noch mal frieren muss und nichts mehr zu fressen habe. Aber das, da ist meine rote Linie, mein Lieber. Ja, und genau auf diesen Feldern kann dann eben auch die aktuelle Rechte bestechen, weil man muss sich das ja mal anschauen. Die Rechte, die wir heutzutage haben, hat häufig ein sehr stark neoliberales und natürlich auch generell antikommunistisches Programm. Und hier hat sie eben die Möglichkeit, starke Gefühle und ein generelles Bild der Linken als Feinde des Volkes und seiner Kultur zu etablieren. Da hat sie dann den riesigen Vorteil und den Nutzen, sie muss hier nur begrenzt oder eigentlich überhaupt nicht, auf die eigenen materiellen Folgen ihrer Politik eingehen oder ihrer Programme. Und kann stattdessen, anstatt dass die Leute sich das eben genauer anschauen und das dann mit den anderen Parteien vergleichen oder auch sich eben diese materiellen Fragen stellen, sehr einfach ein wirkmächtiges Argument konstruieren, das eben selbst für uns gilt. Dass diese ideelle Ebene auch auf die materielle bezieht und damit kaschiert, was ihr Programm, was ihre Politik eigentlich für die Leute materiell bedeuten wird. Dadurch lässt sich ja auch gut erklären, was dann immer verhandelt wird. Wie kann es denn sein, dass die Leute gegen ihre Interessen wählen? Warum wählen halt viele Erwerbslose dann halt die AfD oder viele Arbeiter, obwohl die halt ein neoliberales Programm haben oder ein Programm gegen Erwerbslose im Prinzip haben? Ja, weil sie genau diese moralische Ebene halt ansprechen und diesen Kulturkampf halt meisterhaft bedienen. Genau, und weil sie auch eben diesen Übergang von der ideellen zu der materiellen Ebene der AfD auch einfach abkaufen oder auch den anderen rechten Kräften. Es funktioniert ja auch nach diesem Schema, wer Filme fördert, die queere Menschen als Hauptcharaktere haben, sich über die Probleme und Eigenheiten von der klassischen Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder lustig macht, ist auch bestimmt für die materiellen Probleme dieser in der BRD verantwortlich. Und das ist ja auch irgendwo naheliegend, weil häufig die Leute von diesen Klassenkämpfen, von materiellen Konflikten so stark entfremdet sind und auch gar keine eigene Wirkmächtigkeit mehr da drin sehen, auch häufig gar nicht mehr so einen starken Bezug dazu haben, sich das stattdessen so stark auf diese kulturkämpferische Sphäre verlagert hat, dass es ja total naheliegend ist, dass man dann von dem einen auf das andere schließt. Wenn sie da und dagegen sind, dann werden sie bestimmt auch nicht für die materiellen Interessen kämpfen. Und das ist dann eben das, weswegen die AfD, trotz natürlich, wir haben ja uns ja ihr Programm in der eigenen Folge über die AfD ganz genau angeschaut, dass obwohl eigentlich dieses Programm und auch die ganzen anderen Programme, die sie rausgegeben hat, wirklich nochmal deutliche Verschlechterungen zu der beschissenen Sozialpolitik der Ampel bedeuten, sie trotzdem als die Partei der kleinen Leute, der deutschen Arbeiter gilt. Und das folgt nämlich eben aufgrund ihrer Stärke auf dieser ideellen, auf der moralischen Ebene. Gar nicht unähnlich. Dazu ergiert aber auch die Linke, wenn sie vom Kulturkampf ihren Nutzen ziehen möchte. Sie möchte andersherum die vielen Teilidentitäten von queeren Menschen über Muslime, Behinderte in ihrer moralischen Herabsetzung durch das Versagen von der Repräsentation oder einer stereotypen medialen Darstellung, negativen Darstellung beschützen. Hierbei agiert sie unter klassischen linken Begriffen, die aber auch perfekt in demokratischen Diskurs und seiner Werte hineinpassen. Man fordert gerechte Darstellung aller Teile des Staatsvolkes, Würde für alle Identitäten, Modernisierung der kulturellen Förderung, um das durch Migration, queerer Emanzipation und neuer Jugendkultur gewandelte Geschmäckle des Volkes auch entsprechend dann zu repräsentieren. Warum aber werfen sich so viele Linke so massiv in die Schützengräben dieses Kulturkampfs dann hinein? Eigentlich haben sie hier leichtes Spiel. Während die Rechte starke Möglichkeiten durch den Bezug auf die Mehrheitsbevölkerung und der Nation universell geheiligte Symbole und Elemente aus Nationalismus und Religion haben, haben Linke andersherum ähnliche Möglichkeiten bei geheiligten Elementen und Symbolen der Teilidentitäten. Beispielsweise die Zentralität der Pride-Fahne und zum anderen sehr einfache moralische Hoheit. Und es ist ja auch so, dass auch wenn es nicht immer gilt, aber man oft dann gegenüber den Rechten auch einfach Recht hat in diesen Fragen und dadurch sich auch besser erheben kann. Und dann andersherum man sehr einfach Rechte dann darstellen kann als diejenigen, die sich dann total asozial und wie die Axt im Wald benehmen. Wenn man jetzt beispielsweise über Konflikte um Witze, über K.O.-Tropfen bei Faisal Kawusi denkt oder auch so eine Offensichtlichkeit von einer absolut gewaltvollen und grausamen Gruppi-Kultur rund um so eine Band wie Rammstein, wo dann Rechte sich auch oftmals hinstellen und irgendwie ja, würde ich doch auch machen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu hätte und was weiß ich und das kannst du natürlich dann als Linke sehr leicht karikieren. Die radikale Linke hat hier aber nochmal in ihrer besonderen sonstigen Irrelevanz die Möglichkeit an heiß diskutierten gesellschaftlichen Kämpfen teilzunehmen und ihrem hohen moralischen Prinzipien zu entsprechen. Weil das ist ja einer der zentralen Punkte in der radikalen Linken, speziell in Anbetracht dieser Irrelevanz, dass man für sich selber verlautbart eine sehr, sehr hohe Reinheit in den eigenen Reihen zu haben, wo alle entsprechend dieses Kulturkampfes eben eine vernünftige Aussprache haben, immer darauf bedacht sind, dass dem Gegenüber es gut geht, dass man auf sich selber achtet, dass man entsprechende Awareness-Strukturen hat etc. Also man führt ja einiges hier ins Feld aufgekommen ist, wo man dann sagen kann, ja schaut mal, wir sind doch eigentlich die Spitze dieser gesellschaftlichen Entwicklung und wir praktizieren das halt schon seit Jahren bei uns und haben hier also einiges dann vorzuweisen. Aber genau hier besteht auch der Knackpunkt. Die Radikale Linke greift diese ganzen Themen auf, weil sie sich nicht die Mühe machen will, in einer in Bezug auf Gewerkschaftskämpfe so entpolitisierten Gesellschaft die harte Arbeit einer Repolitisierung und Aufbauarbeit auf den jetzigen Zug aufspringen und beispielsweise auch den eigenen Senf zum Shuyoka Konflikt oder alles rund um die Pride Fahne beim ESC abgeben. Um dann halt auch so ein kurzes Gefühl zu haben, dass man politische Arbeit betreibt, in der man eine Konfrontation mit dem politischen Gegner, dem dann auch was vorhalten kann, dem eben moralisch erhaben ist, dann halt auch wieder von Teilen der Gesellschaft, eben der linksliberalen Gesellschaft halt Applaus bekommt auch eben in eigenen Reihen ausmistet. Das ist dann ja auch eine Form von Selbstwirksamkeit. Keine, die uns am Ende des Tages wirklich hin zu einem revolutionären Aufbau verhilft, aber eine, die eben überhaupt eine eigene Relevanz halt schafft. Und ich denke, genau das bringt uns dann auch zu dem nächsten Punkt, wie sollten wir als Revolutionäre zum Kulturkampf stehen. Und wenn diese Frage gestellt wird, rund um die ganzen Phänomene, die wir schon angesprochen haben, die heiß diskutierten Themen der Gesellschaft, dann verweisen immer mehr Leute bei Kritik, die daran formuliert wird, zuallererst auf unsere eigene Geschichte. Da wird dann immer angeführt, und da muss man den Leuten natürlich auch recht geben, die radikale Linke war immer eine Avantgarde in den Kulturfragen. Denken wir beispielsweise an die Einbeziehung des Frauenkampfes in früher kommunistischer und anarchistischer Politik, das Agieren gegen Religion, gerade bei uns Anarchisten, aber auch sehr, sehr kontroverse Fragen zu der Zeit in der Bevölkerung und sicherlich auch noch mal deutlich kontroverser als heutige Konflikte rund ums Gendern. Auch wenn man hier sicherlich einwenden kann, dass diese Kämpfe viel mehr als heutige, wobei das bei heutigen natürlich auch gilt, um materielle Veränderungen im Zuge revolutionärer Prozesse und weniger um staatliche Anerkennung und kulturelle Repräsentation oder Förderung geführt wurden, kann hier aber vor allem ein heutige Problematik mit dem Kulturkampf zeigt. Weil zu dieser Zeit waren wir Revolutionäre nicht einfach nur kulturelle Avantgarde, irgendeine signifikante gegenkulturelle Bewegung, sondern auch die Avantgarde der materiellen Interessen des Proletariats und des breiten Volkes. Wir alle waren gemeinsam als revolutionäre Bewegung nicht nur Teil, sondern die relevante Identität breiter Teile des Volkes. Und wenn diese Identifikation stark genug ist, tolerieren viele Leute kulturell richtige Veränderungen oder andere Emanzipationsbestrebungen, da sie auch als indirekter Teil ihres Kampfes durch dieselbe Organisation und Bewegung diese auch eher mit sich identifizieren als gegen sie gerichtet, als von außen kommt. Deswegen funktioniert auch der große Kulturkampf, der dann immer als aktuelles Beispiel angeführt wird, nämlich der der kurdischen linken Strukturen in Rojava und darüber hinaus gegen die rechten Aspekte der lokalen Kultur, wie jetzt den islamischen Fundamentalismus, den reaktionären Triebalismus und allen voran eine sehr eingeschränkte öffentliche Rolle für die Frau. Und da muss man natürlich auch noch einmal anmerken, während in der Linken in Deutschland dieser Kampf als größtenteils reibungslos wahrgenommen wird, sieht das in der Realität natürlich deutlich härter aus und es müssen bedeutend mehr Kompromisse gemacht werden, beispielsweise mit noch existierenden dann ländlichen Stammesstrukturen. Aber auch hier geht es dann wieder eigentlich primär darum, diesen signifikanten Unterschied auszumachen, der auch wieder die Parallele zu eben den gerade angesprochenen historischen Positionen zeigt und der sich auch in eigentlich allen anderen modernen erfolgreichen linken Bewegungen zeigt, die große Fortschritte in den kulturellen Fragen machen. Die kurdische Bewegung wird als höchster Ausdruck des politischen Bewusstseins des kurdischen Volkes gesehen, durch ihren unentwegten und opferreichen heroischen Kampf für eine kurdische Nation, beziehungsweise eine kurdische revolutionäre Gesellschaft. Und damit greifen sie nämlich auch nicht nur das materielle Bedürfnis nach ökonomischer und antiemprealistischer Emanzipation auf, sondern auch die nationalistische Haltung der Bevölkerung, um eben als Teil beziehungsweise Ausdruck ihrer Identität wahrgenommen zu werden. Und hieraus muss, genauso wie aus den vorherigen Punkten, die wir angesprochen haben, unsere widersprüchliche, aber effektive Haltung zum Kulturkampf entwickelt werden. Erstens muss, wer sich im Kulturkampf siegreich zeigen will, die richtige Basis und Identifikation mit den breiten Massen haben, da man sonst Gefahr läuft, als gegen sie gerichtet identifiziert zu werden oder mit sonstigen Akteuren, wie beispielsweise einfach den Grünen in einen Topf geworfen zu werden, weil man eben ähnliche Positionen zu den Kulturfragen unserer Zeit hat, aber die Leute einfach aufgrund der Schwäche der materiellen Ebene keine Unterschiede ausmachen können. Und das ist eben auch nicht immer nur ein Fehler in der Ideologie der Rechten, sondern wie wir immer wieder versucht haben zu zeigen, auch einfach der signifikante Fehler unserer Politik. Und zweitens muss sich trotzdem im Kulturkampf bewährt werden, da wie wir gesehen haben, hier ein relevanter Kampf um eine Prägung der Bevölkerung und Inhalte im eigenen Sinne geführt wird. Und selbst in unserem eigenen Verhältnis zu Subkulturen, die uns nahestehen, wie wir bei den Punks gesehen haben, dieser auch von uns geführt wird. Trotzdem muss man auch sagen, das kann auch manchmal einfach eher durch beispielsweise eine ideologiekritische Untersuchung von einem vorhandenen Werk passieren, muss nicht zwangsläufig immer auf Appelle an Staat oder Mediengroßkonzerne hinauslaufen. Das heißt dann auch, man muss nicht auf jeden Köder und jede Verhöhnung durch die politische Rechte anspringen, denn drittens, am Ende des Tages ist der aktuelle Fokus der Rechten auf den Kulturkampf auch einfach nur ein sehr billiges Binden und Aufreiben unserer eigenen Kräfte in einem frontalen Abnutzungskrieg, um alles andere, alles andere als die materiellen Interessen der Bevölkerung, die fasziniert zuschaut oder sich selber verheizen lässt, anzusprechen. Und das alles wird eben nur gemacht, damit wir nicht die offene Flanke der Rechten, nämlich die soziale Frage erkennen und sie dort treffen, wo wir wirklich den Verlauf der Schlacht für uns entscheiden können. Was nehmen wir also mit aus der heutigen Folge 121 über den Kulturkampf? Kulturkämpfe gibt es in jedem Staat, zwischen den Staaten und politischen und religiösen Akteuren, genauso wie unter diesen um die richtige kulturelle Prägung von Volk und Staat sowie der Ausrichtung seiner Kulturpolitik. Der Kulturkampf in Deutschland hat sich historisch gewandelt und spielt sich heutzutage vor allem in einer Konfrontation einer eher linksliberalen Regierung und einer rechten Opposition ab und den diversen Organisationen und Grüppchen, die sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Damit ist er sehr polarisiert und führt dazu, dass wir mit uns eigentlich komplett inhaltlich fremden Parteien und Personen identifiziert werden. Der Kulturkampf ist nicht nur integral für den Staat, sondern hat auch einen direkten Nutzen für die unterschiedlichen politischen Kräfte. Die Rechten können so ihre sozialen Schwächen vertuschen und die Linken marginalisierte Gruppen mobilisieren. Die radikale Linke kann einfache Siege auf ihrem hohen moralischen Ross erreichen. Jetzt kommt wieder die Weisheit, die am Ende von jeder Folge eigentlich in unterschiedlicher Ausprägung stehen muss. Die aber richtig bleibt. Ja und schließlich muss es für uns darum gehen, genau diese Front aufzumachen, die du am Ende gerade benannt hast. So wie wir es immer sagen, wie es auch immer richtig bleibt und zu jedem Thema der Fokus unserer Schlagrichtung sein muss. Wir müssen uns auf den Klassenkampf besinnen. darauf, dass wir konkrete materielle Verbesserungen für unsere Klasse erstreiten, dass wir die Verelendungspolitik der Reichen endlich von links wahrnehmbar in der Gesellschaft beantworten können und uns eben nicht ablenken lassen von einer Rechten, die uns im Kulturkampf dauernd probiert in die Defensive zu treiben und einer linksliberalen Politik, die versucht über die übermäßige Aushandlung des Kulturkampfes auch ihre fehlgeschlagene Sozialpolitik zu verdecken. In diesem Sinne voller Fokus auf die Basisorganisationen und unsere Gewerkschaften. In diesem Sinne Glück auf. Glück auf. Dich so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Als erstes wäre es heute ein Video, was sich mit der Geschichte von dem Kulturkampf, beziehungsweise wie in den USA er bekannt ist, in dem englischsprachigen Raum, dem Culture War, auseinandersetzt. Nämlich A Brief History of the Culture Wars von Tom Nicholas auf YouTube zu finden. Und als zweites möchte ich euch das Lied Kein Gerede von Vizu empfehlen. Ein Track, den ich damals in meiner Punker-Jugend nur ohne Vocals auf meiner CD hören konnte, weil er indiziert war und wofür Vizu offenmals einen Polizeieinsatz bei Konzerten hatte, der jetzt ganz normal im Internet wieder verfügbar ist. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Und da noch�� Kannst du das sehr, das ist hart, aber das ist hart, dass du das ist, was du schüchst. Das ist schüchst, Vielen Dank.